In diesem Video zeige ich dir, wie du in Word zwei Dokumente miteinander vergleichen kannst. Ich habe hier einmal einen Werkvertrag und davon eine geänderte Version und möchte nun nachvollziehen, welche Änderungen sich im zweiten Vertrag ergeben haben. Wir öffnen eine der beiden Word-Dateien und gehen dann auf Überprüfen und hier auf Vergleichen. Auf der linken Seite wählen wir nun das Originaldokument aus und auf der rechten Seite das überarbeitete Dokument, in dem sich Änderungen ergeben haben. Über die Schaltfläche Erweitern können wir entscheiden, welche Änderungen angezeigt werden sollen und wir können entscheiden, ob wir für den Vergleich eine neue Datei erstellen möchten. In der Regel genügt es hier, die Standardeinstellungen zu übernehmen. Wir bestätigen nun mit OK. Wir gelangen nun in dieses Vergleichsinterface und auf der rechten Seite oben finden wir das Originaldokument und unten finden wir das überarbeitete Dokument. In der Mitte haben wir nun eine Kombination aus beiden Dokumenten. Wir sehen einmal das Originaldokument und Änderungen, die sich im überarbeiteten Dokument ergeben haben, werden hier rot angezeigt. Sofern hier die Änderungen bei dir nicht so angezeigt werden wie bei mir, solltest du hier bei Markup auf alle umstellen. Auf der linken Seite finden wir außerdem eine Übersicht der einzelnen Änderungen. Insgesamt sind es hier 23. Wir können nun jede einzelne Änderung einmal abarbeiten, indem wir entscheiden, ob wir sie annehmen wollen oder nicht. Ich möchte nun diesen neuen Satz übernehmen und klicke auf annehmen. Hier wurde das Wort gelöscht, das möchte ich ebenfalls übernehmen und ein neues Wort wurde eingefügt, das übernehme ich auch. Hier wurden diese Sätze gelöscht. Ich möchte aber diese Sätze nicht löschen in meinem Dokument und lehne daher diese Änderungen ab und die Sätze werden nun beibehalten. Und so können wir sämtliche Änderungen hier einmal abarbeiten und entscheiden, möchte ich sie übernehmen oder nicht. Nachdem man damit fertig ist, kann man das Dokument ganz normal abspeichern und dann weiterhin verwenden.